In diesem Video erklären wir, wie Sie Ihre IP-Kamera mit dem Google Chrome Browser nutzen können. Starten Sie Chrome und klicken in der rechten oberen Ecke auf die drei Punkte. Weiter auf Einstellungen und danach auf Erweiterungen. Mit einem Klick auf mehr Erweiterungen herunterladen, öffnen Sie den Chrome Web Store. In das obere Suchfeld schreiben wir IETAP. Nach der erfolgreichen Suche fügen wir folgende Erweiterungen hinzu. Wir schließen Chrome und finden über das IP-Such-Tool die IP-Adresse unserer Kamera heraus. Diese IP-Adresse geben wir nun in die Adresszeile des Browsers ein. Wir laden das benötigte ActiveX-Plugin herunter und installieren dieses. Rechts oben befindet sich nun ein neues, rundes Symbol mit einem E in der Mitte. Dort klicken wir einmal drauf. Die Seite lädt neu und wir können uns mit den Standard-Benutzer-Admin und Kennwort-Admin einloggen. Nun sehen wir das Live-Bild der Kamera und können unsere persönlichen Einstellungen, wie beispielsweise die IP-Einstellungen vornehmen. Wir hoffen dieses Video hat Ihnen geholfen. Für weitere Informationen zu IP-Kameras besuchen Sie unseren Online-Shop unter alarm.de. 5. 7. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 20. 20.